so das sind wir auch wieder liebe nfs freunde ja und es geht mit steve weiter und haben halt neue fahrer und wir wollen das spiel auch langsam mal dem ende ankommen pass auf dich auf mal die hat ein bruder erwischt nicht dass die das gleiche passiert und los geht's das war perfekt da wir schon ziemlich weit sind ist der wagen eigentlich noch verdammt gut also ich glaube wir könnten es sogar mit dem wagen komplett deutsch spielen aber was wir ja nicht wollen ich bin bereit bin bereit ja ich geb dir gleich bin bereit jetzt lass mich weg da in deinen jahren ey 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 ich bin soweit ich bin soweit verstanden da geht's ab Achtung passt auf das darf doch nicht wahr sein und nochmal von vorne knapp daneben außer bei ok hat mir mein teamkollege das mal wieder total versaut ich bin aufgeladen ich bin aufgeladen komm ich zieh dich ja komm schon komm schon 10 4 ja was machst du denn du sollst du denn oh leute so viel zum thema ich bin bereit los geht ich bin bereit los geht oh leute bestätigt wenn du willst leg ich's los ok Achtung passt auf jetzt zieh sie immer ab ok ich bin unterwegs und nicht mich aber ihr seid solche Flachschimmer dann muss er das eigentlich ich bin aufgeladen komm ich zieh dich ok ich geh jetzt nach vorne und los geht's oh gib mir bloß was zu tun mir ist langweilig Alter wo ist das Ziel nix digger endlich geschafft also das darf doch nicht wahr sein in der letzten Sekunde überholt er mich oh ja ja wir bringen dann Ich bin aufgeladen Digga, komm ich zieh dich, der wird nicht mal melden, was ihn da erwischt hat. Schau mich nicht mehr, oh neu, komm, komm, komm. Verstanden! Kommt auch noch ein dritter, was geh denn hier ab? Hey buddy, setz dich hinter mich! Was fällt ihr denn eigentlich heute alle bekloppt? Ich bin bereit, los geht's, bin auf dem Weg! Ab in den Windschatten, der dauernd nicht ewig! Ja, ich komme gar nicht rein. Soll ich mir jetzt einfach vor den Funk knüpfen, oder nicht? Ja, die ist erstmal wieder vom Pfeiler. Pfeife! Ich bin bereit, los geht's! Ich komme jetzt an dir vorbei geschaffen! Du hast in den Windschatten, solange dauert ein Spiel! Okay, ich nehme alles zurück, es wird doch ein bisschen schwerer. Aber kann sein, dass jetzt meine Flachstücken etwas unterentwickelt sind. Weil ich habe ja die Teammitglieder gewechselt. Ich bin aufgeladen, Digga, komm, ich zieh dich! Ich bin soweit! Hey buddy, setz dich hinter mich! für heute wieder geht's! Hey buddy! so So, leider macht mir jetzt wieder die Kamera und die Rechnung, deswegen müssen wir jetzt leider beenden. Der Algo hat eben noch voll angezeigt, jetzt ist er leer. Tut mir leid, Leute. Aber es war leider das letzte Rennen für heute. Sagen wir mal gucken, was wir da haben. Sprint, Kree, Flucht und ein K.O. Happy Birthday. Aber dieses sieht man beim nächsten Mal. Gute Nacht.